Wo gibt es die besten Burger der USA? Deutschlands erfolgreichster Grill-Influencer macht für uns einen ganz persönlichen Schlemmer-Test. David Nöcker futtert sich durch große US-Burger-Ketten, die ihm noch völlig unbekannt sind. Burger, soweit das Auge reicht. Und verdammt lecker. Los geht's! Der Burger und das Menü hier finde ich absolut in Ordnung. Und kommt nach Deutschland. Ich würde euch sofort kaufen. Wie lecker sind die beliebten Fast-Food-Burger, die es nicht zu uns geschafft haben. David ist auf der Route 66 im US-Stadt New Mexico unterwegs. Doch das ist zweitrangig, denn die jeweiligen Filialen großer Ketten bieten landesweit das gleiche Menü an. So, und jetzt fahren wir mal zu Jack in the Box. Ich habe gar keine Ahnung, was es da so gibt. Aber wir gucken einfach mal. Jack in the Box landet bei Umfragen ganz oben, wenn es um den Geschmack geht. Ihre Bestellung bitte. Hallo, ich möchte ein Double-Jack-Menü mit Pommes und Cola. Das wär's. Über 75 Jahre existiert die Fast-Food-Kette bereits. 12 Dollar. Geht eigentlich. Guter Kurs. Soße dazu? No thanks. No, okay. There you go. Thank you. So, da haben wir's. Bei jedem Fast-Food-Stop probiert David den Burger, der schon seit Jahrzehnten zum Dauerbrenner der Kette gehört. So, da gucken wir mal. Jack in the Box kannte ich gar nicht. Ähm, ja, ich kannte ja alle hier noch nicht, ne? Aber sind alle neu für mich. Aber ich wusste auch gar nicht, was die anbieten. Aber die bieten ordentliche Burgern. Und der ist ganz schön massiv, muss ich ehrlich sagen. Wow, sieht auch richtig gut aus. Double-Jack mit Blattsalat, Tomate, Zwiebeln und Senf. Für umgerechnet 5,60 Euro. Probieren wir mal. Der Double-Jack hat mächtig viel Soße drauf. Also, was ich schon mal sagen kann. Meine Güte, die Amis können Burger. Hier ist jetzt nicht viel Soße drauf. Hier ist ein bisschen ungewöhnlich für Amerika, weil das ist nicht auf allen Burgern drauf. Mayonnaise. Aber natürlich auch Senf und Ketchup mit dem vielen Salat. Richtig gutes Fleisch. Ich muss sagen, ich kann schon verstehen, warum viele Amis so ein bisschen aussehen wie ich. Denn so Fast Food ist hier ganz schön lecker. Da ist sowieso so drauf. Da muss ich mich hier auch so auf die Mothaube legen, damit ich mich nicht komplett einsau. Aber lecker. Jack in the Box gehört zu den ganz großen und hochgelobten Burgerketten der USA. In diese Liste reiht sich der nächste Fast Food Stop ein, den David ansteuert. So, jetzt gucken wir mal. Ich hab hier nämlich überall an Fasten, jeder zweiten, dritten, vierten Raststätte, war Dekus. Drive-in. So, und da fahr ich jetzt einfach mal hin, weil ich Hunger hab. Gucken, was die so haben. Da ist er doch. Deku steht für Dairy Queen, die Molkerei-Königin. Mit Milchprodukten hat der Fast Food-Riese nichts am Hut. In 7000 Filialen weltweit werden hauptsächlich Burger mit Pommes verkauft. Danke fürs Kommen, wie kann ich helfen? Hello, I would like to have the bacon to cheese deluxe in Combo, please. Double Combo. Double Combo heißt zwei dicke Scheiben Rindfleisch. Gibt's auch als Triple. Ein großes Menü für umgerechnet 11,15 Euro. Der Preis geht in Ordnung. So, da haben wir's. Gucken wir uns da mal an, was wir hier drin haben. Das sieht doch schon mal ordentlich aus. Jetzt muss es nur noch schmecken. Der Burger, der ist aber ein ordentlicher Oschi hier. Wollen wir mal reinbeißen, ne? Guten Appetit. Ketchup und Mayo, so mag es David am liebsten. Mhm. Ist auf jeden Fall frisch gegrillt. Das merkst du sofort. Eine schöne rauchige Soße, das nenn ich mal eine Scheibe Bacon. Und davon ist nicht nur eine drauf. Also alles frisch, leckere Soßen, gare Pommes, gehört für mich definitiv zu den besten Fastfood-Läden. Daumen hoch. Die beiden weltweit größten Burgerketten gibt es auch in Deutschland. Kurz dahinter landen die Fastfood-Restaurants, die David für seine US-Tour ausgesucht hat. Die Vielzahl unterschiedlicher Fastfood-Ketten in Amerika ist nicht ohne Grund so riesig. 85% der Amerikaner geben an, dass Burger ihr Lieblingsessen ist. Jetzt fahren wir mal zu Dennis. Auch eine riesengroße Fastfood-Kette hier in Amerika, die es bei uns nicht gibt. Und checken das mal aus, was es da so leckere gibt. Ich hab ja wieder Bock auf einen Burger. Doch was ist das? Ganz ungewöhnlich für Amerika. Der Drive-In fehlt. Dennis ist in allen Bundesstaaten der USA vertreten und bietet eine größere Auswahl an Fastfood als andere Ketten. Doch David ist nur an Burgern interessiert. Unser bester Burger ist der Bourbon Bacon Burger. Okay, dann nehme ich ihn mit Pommes. Okay. Normale Größe bei Pommes? Normal. Für 20 Dollar. Bisher Davids teuerstes Burger-Menü. Super. Thank you very much. Senf, Ketchup, Servietten sind drin. Okay, super. Thank you. Bye. So, da haben wir es. Auf dem Motorhaube wie gehabt. Hier mit dem Ausblick natürlich der Hammer. Mit der Tour auf der Route 66 erfüllt sich David seinen Lebenstraum. Dass es auf der Strecke so viel Fastfood gibt, macht ihn umso glücklicher. Na, wollen wir mal gucken, ob es dir auch schmeckt. Gut aussehen tut er ja. Gut aussehen reicht aber nicht. Der Geschmack entscheidet. Ich sag mal so, sehr viel Gemüse, ein bisschen Bacon und Fleisch. Das merke ich irgendwie gar nicht. Das sieht zwar viel aus, aber irgendwie ist das nur Luft. Also ich probiere nochmal nur das Fleisch. Na, okay. Das Fleisch ist gar nicht gewürzt. Deswegen merke ich auch das Fleisch nicht. Ich sag mal so, es ist ein leckerer Burger wegen der Soße. Die Pommes sind in Ordnung, aber 20 Dollar dafür, ne. Weltweit ist Wendy's auf Platz 3 der umsatzstärksten Burgerketten. In knapp 7000 Filialen macht Dave Single, Double oder Triple das Rennen. Wendy's ist ein Fastfood-Laden, den gibt es in Amerika überall. Und deswegen fahre ich hier jetzt auch mal durch den Drive-In. Dave's Burger für David. Das muss einfach gut sein. Wenn Sie soweit sind, bitte bestellen. Hi, ich bin Dave aus Deutschland. Der Dave-Burger klingt toll. Ist der gut? Ja. Dann hätte ich gerne einen Dave's Double mit Pommes und ein Loaded Nachos Cheeseburger. A Loaded Nachos Cheeseburger. And the Loaded Nachos Cheeseburger? Yes. Zahlen Sie bitte 14,20 Dollar am Fenster. Okay. Zum populären Dave's Burger hat David einen weiteren mit Nachos bestellt. Den muss er einfach mitprobieren. Ich glaube, ich habe schon mal reingeguckt. Ich glaube, da mit der Pommes haben Sie verstanden oder ich habe schlechtes Englisch gesprochen. Aber die Tüte hat ordentlich Gewicht. Und ich glaube, ich habe hier zwei ordentliche Burger von Wendy's. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer mag keinen saftigen Burger? So, dann mal zuerst den Dave's Burger. Wenn der nicht schmeckt, dann weiß ich auch nicht. Also optisch macht der mich auf jeden Fall schon mal an. Probieren wir einfach mal. Wisst ihr was? Der ist richtig lecker. Und das sage ich nicht nur, weil der nach meinem Namen benannt ist. Hier ist ordentlich Fleisch drauf. Total leckerer Käse, wenig Soßen, ein bisschen Salat. Also wirklich, der Bun ist geil. Richtig leckerer Burger. So, und jetzt wollen wir uns mal hier den Nacho-Loaded-Burger reinziehen. Ah, der riecht doch schon richtig gut. Ich bin jetzt schon so ein bisschen voreingenommen wegen dem ersten Burger. Der muss jetzt also ausschmecken. Der schmeckt richtig nach Nachos. Beste Nacho-Burger, den ich bisher gegessen habe. Total lecker. Daves Burger steht jetzt auf jeden Fall auf dem Speiseplan bei Davids nächstem USA-Besuch. Warum es die leckeren Burger von so großen Fastfood-Ketten nicht bei uns gibt, kann der Deutsche nicht herausfinden. David würde am liebsten auch zu Hause gerne öfter Rast machen, um sagen zu können. Lecker, es gibt Burger. Davids nächster Stopp ist leider sein letzter. Okay, dann fahren wir mal nach Abis jetzt hier. Und direkt in den Drive-In. Alle Fastfood-Ketten bieten inzwischen auch vegane Burger an. Aber daran ist David nicht interessiert. Arby's will sich von anderen Burger-Ketten absetzen, weil es hier angeblich die Edel-Variante gibt. Ein Menü für umgerechnet 12 Euro. Arby's, da habe ich mich doch sehr drauf gefreut. Die gibt es in mir auch in ganz Amerika. Ich bin gespannt, wie der Burger schmeckt. Ups! Was Dave nicht wusste, der Name Arby's leitet sich von den Buchstaben R und B ab. Und die stehen für Roast Beef. Wusst ihr auch gar nicht. Arby's hat gar nicht so klassische Burger mit Rindfleisch-Patties und so. Sondern hier sind so Rindfleisch-Scheiben vom Roast Beef und sowas drauf. Also so richtig, das sieht richtig gut aus. Mh. Total lecker. Schade, dass es die nicht in Deutschland gibt. Richtig gut. David ist von der Vielfalt der Burger-Landschaft in den USA begeistert. Sein Resümee? Mein Fazit zu den Fast-Food-Läden in Amerika wirklich gut. Ich würde mir echt wünschen, dass wir genau so eine Auswahl auch in Deutschland hätten. Denn sonst habe ich ein Problem. Sonst muss ich nämlich öfter hier in Amerika. Also kommt nach Deutschland. Ich düse jetzt wieder ab. Welcher Fast-Food-Burger der beste ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Jack in the Box. Die Q und Wendy's waren Davids Favoriten. Auf seine Lieblings-Burger von McDonald's und Burger King will er zu Hause weiterhin nicht verzichten. Aber ab und an zum Burger-Futter nach Amerika fliegen? Das wäre doch ein Träumchen für unseren Ruhr-Pod-Griller.